Ohne Liebe und schöner Selbststattung zum neuen Video. Ich habe es zum ersten Mal gemacht, ich denke nicht nach, was ich jetzt sagen werde. Ich habe echt keine Sekunden nachgedacht, ich habe mir gedacht, ich greife jetzt mal einfach die Kamera und rede. Ist das eine gute Idee oder eine schlechte? Manchmal ist es geil, manchmal nicht. Bei mir ist es eigentlich schlecht. Was machen wir heute? Wir sind jetzt erstmal in Hamburg bei Beerclor. Danach sind wir noch in Köln, denn wir machen ein Philly Cheese Steak Duell. Wir gucken, welche Stadt es mehr auf dem Kasten hat, ob es Hamburg ist oder Köln, das werdet ihr sehen. Aber jetzt sind wir, wie gesagt, in Hamburg, gehen da rein, Hack geht an den einzig wahren Achmed. Der hat mir den Laden hier empfohlen. Gar kein Problem. Wir sehen uns im Laden. Ich kann es dir mal wieder nur sagen, Leute. Ich bin jetzt zwar hier ein bisschen schmal, normalerweise, wisst ihr ja, bin ich ein breiter Hund, aber das ist der Stil, das ist der Stil. Irgendwann, ob ihr es mir glaubt oder nicht, werden alle so rumlaufen. Bauchtasche, Trainingshose, Cappy, schön dreckig. Oh, da ist der Besitzer schon. Moin, grüß euch. Also, wir sind hier drin. Wir haben leider bisher noch niemanden gefunden, den wir vor die Kamera kriegen, dass er uns ein bisschen was sagt, weil ich möchte euch auch professionelle Weise nochmal für die, die es nicht wissen, erzählen lassen, was für die Cheese Steak überhaupt ist. Oh, was ist das für ein schwerer Satz gewesen insgesamt? So sieht der gute Laden hier aus. AHA, MED, der einzig wahre. Tresen, Lampe. So, mal ein Riesenschuppen hier, Leute. Riesenschuppen, was bedeutet das für euch gesagt? Riesenschuppen heißt riesenviel Miete. Das heißt, du brauchst riesenviel Andrang, um das tragen zu können. Riesenviel Andrang kriegst du nur, wenn du wirklich gut bist, außer du bist bald insolvent. Wir brauchen hier wirklich ein gutes Produkt jetzt. Ich nehme für die Cheese Steak. Ich nehme für die Cheese Steak. Und für die Zuschauer, die gar nicht wissen, was das ist, was ist überhaupt ein für die Cheese Steak? Also, kommt ursprünglich aus Amerika. Klassisch einfach Zwiebel, Jalapeño oder Paprika. Und dann Entrecote, das beste für den Rind. Schön feine Filets geschnitten. Genau, basic einfach nur als Treffer. Da haben wir eine schöne Chili-Cheese-Soße. Machen wir auch hausgemacht. AHA, schön. Genau, die haben wir noch einen schönen Streifen. Ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach mit unserer Chili-Cheese-Steak-Runde direkt. So, für euch Leute, ich denke, es ist ein guter Moment. Wir switchen mal eben nach Köln rüber, gucken, wie es da ausschaut. Und dann machen wir direkt hier mit dem Essen weiter. Und dann sehen wir uns hier wieder in Hamburg. Willkommen aus Köln. Wir sind am Start hier bei Bang Bang. Bang Bang ist geil, ne? Komm, dann beiß mal rein für die Kamera. Ja, beiß du mal rein, genau. Ich muss gleich noch warten. Schmeckt gut, ja? Erster Eindruck, wie würdest du den ersten Eindruck bewerten? Für eine von 10 von 10. Ja? Geil, die. Haut rein, Jungs, ciao, ciao. Also, wir sind in Köln am Start hier zu dem Laden. Da waren sämtliche Influencer schon. Wurde sehr gehypt. Das werde ich höchst eigen jetzt überprüfen und euch sagen. Schöne Straße auch hier, ne? Da ist er. Bang Bang. Moin Moin. Wir sind hier vom YouTube-Team. Wir wollten euer Essen testen, weil es das beste für die Cheese-Steak überhaupt sein soll. Wir haben die junge Dame namens... Jada. Jada. Und wir haben den guten Kollegen namens... Arafat. Arafat. Jada und Arafat. Ja. Bushido. Wir wollten euer Filet-Cheese-Steak probieren, ne? Okay. Man sagt ja, es ist das beste der Stadt. Liege ich da richtig? Also, man kann nur einen Filet-Cheese-Steak oder bei uns oder in Amerika essen. Es gibt nur die Option, ne? Genau. Das ist eine geile Ansage. Gehörst du zum Team oder bist du vom Chef die Frau? Nur eine Mitarbeiter. Ja? Ja. Hast du schon mal Auge auf Chef gemacht? Wäre was für dich? Nur so fürs Video? Ja, wir nehmen gerne ein Filet-Cheese-Steak, wenn wir ein bisschen die Zubereitung filmen. Ich muss erklären, oder es ist klar. Ach, wir haben für ihr verschiedene, ne? Rindfleisch nehmen wir. Rindfleisch. Ja. Kommen die Soße. Man kann das Teil auswählen. Garlic-Siracha denn. Perfekt. Garlic-Siracha. Und Topics? Grilled Onions, Grilled Paprika. Ich nehme alle drei tatsächlich. Okay, alle drauf. Perfekt. Nummer zwei für euch. Dankeschön. Und der Kollege kann ja nach hinten kommen, diese Zubereitung einmal mitfilmen. Perfekt. Musik Musik Perfekt. Dann nehmen wir das so mit raus. Dann kommen wir gleich wieder rein. Bis gleich. Wir sind am Start. Guckt euch das schöne Ding nochmal an. Jeder, der mich kennt, weiß, ich mag diese Soße, die oben drauf ist, die Käsesoße. Das mag ich nicht. Das finde ich persönlich nicht so geil. Ich nehme es jetzt so, wie es serviert wird. So kennt man es auch. Vielleicht schmeckt es ja nicht so wie die anderen, die ich kenne. Von der Zubereitung auch wirklich ganz anders als das andere. Das wird richtig zerrupft, klein gerissen. Beim anderen hatten wir eher den Faktor, dass sie draufgelegt wurde, angebraten und gut. Da wurde es richtig nochmal zerrupft. Ich glaube, wir switchen jetzt erstmal nochmal rüber nach Hamburg. Zurück in Hamburg. Also ich würde auch sagen, dieses Video... Oh, Pfeffer. Ihr habt noch schon wieder einen Kick gerade gehabt. Ich würde sagen, dieses Video halten wir auch kurz und knackig. Guckt euch das mal an. Wir arbeiten hier mit Wasser gern, damit der Garnungsprozess bestäunigt wird. Vielleicht ein Tipp für zu Hause, wenn man es selber macht und schneller geht. Gleich gut schmeckt. Warum nicht? Ordentliche Ladung Käse. Also wenn ihr euch das mal anguckt... Es duftet. Oh, es duftet so sehr. Weiches Brot, geiles Brot. Weiches Fleisch, geschmeidiges Fleisch. Dann wirklich das Horror-Szenario. Die Braten das tot und du hast eine Schuhsohle drin. Wie oft habe ich irgendein Steak-Sandwich genommen, unabhängig von Philly Cheese Steak, wo es auf einmal voll abgekalkt hat. Und übelst, übelst hart war. Also Käse auch super. Ich kann mir befürchten, zu viel Käse. Dennoch mit der Käsesoße oben drauf. Oh, das ist Fleisch so weich. Also wirklich gut, Mann. Schöne Schärfe auch durch die Jalapenos. Hätte ja auch genauso eine Paprika nehmen können. Haben sich für Jalapenos entschieden. Wirklich nur leichtes Brennen. Wird nicht zweimal brennen, denke ich. Leichte Sapschigkeit auch noch vom Bann erreicht, wo ich gar nicht mit gerechnet habe. Also schöne Pfeffernote auch. Also echt stark, Mann. Schöne Süße auch im Bann. Also ich kann schwärmen von dem Ding. Stark, Leute. Da das die erste Philly Cheese Steak-Runde ist, will ich nicht so hoch ansetzen. Wirklich nicht so hoch. Aber ich sage euch, bei meinem Leben, das ist schwer, Leute. Das geht nicht. Erste Runde. Bei Döner habe ich am Anfang beim ersten Video auch den Fehler gemacht. Dann ist kein Platz mehr nach oben. So saustark, der Kollege. Ich würde wirklich deutlich höher geben, wenn es nicht das erste. Vielleicht haben wir auch irgendwann ein schönes Philly Cheese Steak-Ranking am Start. Lasst auf jeden Fall einen Daumen oben da, wenn ihr es feiern würdet. Ich gebe eine 8.3. Aber wirklich nur. Oh, ich würde gerne höher geben, aber ich kann nicht. Ich gebe eine 8.3. Stark. Stark Strom. Wir gehen rüber zur Bewertung drüben in Köln. Also Hamburg ist stark. Hamburg ist eine Macht, Leute. Wenn das jetzt Köln schlägt, wirklich Respekt. Respekt an die Jungs. Bis gleich drüben in Köln. So, die Jungs wollen unbedingt aufs Video. Hi. Hi. Grüße, Jungs. Das ist euer Moment. Ihr könnt irgendwas jetzt Weltbewegendes sagen, was unter Umständen über 100.000 Leute sind. Alle abonniert, alle. Und ihr habt irgendwas, wie heißt eure Lehrerin nochmal in der Schule? Herr Weber. Herr Weber. Habt ihr gesagt, ist ein B****, ne? Also sie haben ja auch gesagt, entweder in Amerika oder hier. Das ist das Original. So, das war die Aussage. Also ich sage euch wirklich hier, und ich sage das ungern, hat mir ein Biss gelangt. Wirklich gar nicht wegen dieser Käsesoße. Ich werde die jetzt auch nochmal runter machen. Nicht, dass die nach, wenn ich von euch sagen, so pass auf, du isst das mit dieser Käsesoße, aber du magst das nicht so gerne. Ich nehme das mal ein bisschen runter. Da ist nur unten rein. Kein Vergleich zu Hamburg. Einfach deutlich schwächer. Klammere mal den Faktor Geschmack einfach aus. Ich nehme nur die Zubereitung. Das ist lange nicht so zart. Eher ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen zäh, aber es geht so mehr in die Richtung. Geschmacksfeeling. Einfach käselassig. Und zwar diese Käsesoße, die man in 81 Millionen Läden schon mal gegessen hat. Also da von diesem Hype, was in diesem Laden, den ich mir versprochen habe, ist es einfach lange nicht so stark. Das ist so eine Sache, was ich jetzt gerade nicht gerne mache, ne? Weil die sind super nett. Das ist ein super Laden. Ich kann auch wieder mal hier jetzt keinen Mist erzählen, wisst ihr? Ich kann das jetzt versuchen, noch netter, noch lieber zu verpacken. Hab mir dabei aber echt schon Mühe gegeben. Käsesoße ist echt Standard. Fleisch nicht besonders prickelnd. Und das Band scheint geil zu sein, aber ich kann da ehrlich nicht mehr als 5 von 10 Punkten geben. Damit ist Hamburg klar der Sieger. Das tut mir auch leid. Ich muss aber so sagen. So viel dazu, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Kurz, knapp, knackig, ehrlich. Ich hoffe, nicht zu ehrlich, aber lasst auch gemein da in den Kommentaren. Gerne einen Daumen oben, wenn euch das Video gefallen hat. Mich schmerzt das, aber ich muss ehrlich bleiben, sonst bringen meine Videos nichts mehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal.